Oh ja, Leute, hi, meine Best-Friends-Cuppers. Ich mache ein 1-1 gegen den Bobby Niklas und werde ihn ein bisschen tollen und nerven. Leider habe ich die Boogie-Bombs vergessen, aber macht nichts, ich kann ihn noch so nerven und träumen. Ach, Boogie, erst mal nachher, lecker. Ich hätte doch schon hier das gemacht. Die normalen Fotografen, die besser nicht, die man kennt. Er ist in der Videobeschreibung verlinkt, wenn ihr meint, ihr seid besser, dann könnt ihr mal eins machen. Nein, Niklas? Hm? Ich verlinke dich in der Videobeschreibung, also dein Epic-Namen und wenn die meinen, die sind besser zu können, können die immer gegen die 1-1 machen, ne? Ja. Ja, das ist gut. Ja. 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 Das ist ein bisschen leicht, ne? Ach du Gold, der Gott. Kennst du das nicht nur? Die sind das, der ist. Ich sollte mal mal ein bisschen selber stellen, dann weiß ich auch nicht. Oh, shit, Digga. Er war im Bearbeitungsmodus, nicht im Baummodus. Ich spame so die ganze Zeit. Hä? Er hat auf dem Plan in der Hand an. Hä? Hä, hab ich dir keinen Witz gegeben? Naja. Ach, Bruder, mein Elmwes Kippe. Ich hab mein Controller... Er springt halt nicht, warte mal. Achso. Ihr habt gestern mal Controller bei diesem Pako geschrottet. Jetzt, jetzt, jetzt. Hä? Da hat seine Pyramide geendet. Na, guck mal, wo der Pyramide passt, Digga. nemental... ... ... ... ... ... ... Nein, shit, Digga, mein, 5-2, mein, du lachst, Digga, obwohl ich fühle, Opfer. Ich habe meinen Aim ist auch nicht schlecht, Digga. Ich musste gerade ablachen, Digga. Das Ding ist, ich hab gefeet fast alle meine... meine chance geplägt haben wir ja nicht wie kommt so hoch als sie sich überall zu der peter sagt sie da kann umkommt manche sind wir sind wie das hier ist gerade gekommen und er denkt er kann nicht wo wir alles ich muss Das ist irgendwie Wompom gewohnt, wie es geht. Es ist nicht so weiter, dass du besser bist als ich. Aber das sollte nur ein Kreuzinger sein. Nein, ey. Du kommst natürlich durch alles durch, Digga. Manchmal sind meine Ninthes echt fessi, Digga. Aber irgendwie manchmal auch... AHAHAHAHAHAHAHA Aber das war wirklich ne Funny Moments, Digga. Wenn du das vom echten Fight machst, wenn jemand kommt, der einfach Jump Rift plays, Digga. Null, Rex. Null, Rex. Bist du denn jetzt schon wieder hingeflogen, Digga? Du bist doch irgendwo in der Asche Welt. Ich kann nicht bauen. Ach, Bruder! Oh, Mann. Ah! 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 Oh, du bist ganz oben! Fuck! Was denk ich doch ruhig mir so, Digga. Komm, ich schaff da den Fetcher, Mann. Moin. Oh, Bruder. Oh, okay! Oh, ja. Oh, gut! Ja, ich kann es nicht mehr. aber ich wusste nicht wo du auf welcher italien du steffern bin ich kurz runter gegangen wenn sie heute selbst wenn du nehmen ist das aber ich wusste nicht ob du unter mir oder ganz aber da zeigt den tag unter mir ist immer wusste ich dass du nur kurz hinter mir bist das ding ist du bist richtig laut ohne die minis hast du schon lange die ganze was für ein hit habe ich dir gegeben Das heißt, ich hatte so einen kleinen Headshot gegeben. Digga, guck mal, die Träger liebt immer Paces. Ja, das kenne ich. Einstüße. Nein, ich kann auf dein Kopf scopen. Und die Melodie ist na 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 na. La 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 la. Nein, bei mir ist das... Ja, ich bin durch die Wand geflogen. Ich war auf der Wand drauf und bin durchgeflogen. Dann steht er noch, Digga. Ich habe zwei HP, Digga. Aber ich habe nichts in dem einen Fernseher ausgegangen. Ich habe einfach bei einem Schossen. Das war knapp. Respekt ist... Das ist nicht fair, aber... Das geht zum Typ. Mit deinem Tor. Ja, ich fack grad so, ne? Ja, ich fack grad so, ne? Hä? Junge. Warum baut er da nicht? Warum baut er da nicht? Da ist halt auf der Fall. Ich weiß, ob er mit Flüssten hat, wenn er 50 hat. Ich hab hier geschlossen oder so... ... ... Ich weiß, ob er so eine Flüge da geht. Ich weiß, ob er so eine Flüge da hat, wenn er 50 hat... Auf den Weg, auf den Weg. Auf den Weg. Auf den Weg. Auf den Weg, 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 auf den Weg. Das ist ein One-Shot. Nein, wenn ich gar nicht. Ich hab 70 AP. Auf den Weg. Oh, deine Leipzig sind so eklig. Auf den Weg, auf den Weg, auf den Weg. Oh, wow. Hab ich jeden Menschen unter 100 AP genommen, Digga? Das Ding ist, ich kann doch nichts machen, wenn du... Wir haben runter und ich bin unter 100 AP. Ich habe mich gerade eingebaut. Ich habe mich gerade gebaut und dann hast du das bearbeitet. Ich habe ganz schnell gemacht. Nein, 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 nein. So. Was? Hä? Du Hatter. Wie blickt das eigentlich? Ja, da sei ich auch die Hälfte. Du hast einfach zu stoppen zu viel. Er denkt, dass ich... Ja, Digga. Und er denkt, dass ich... Und er denkt, dass... Ich kann die ganze Zeit das gleich machen, wie ich mache, Digga. Du hast niemals von oben mehr mir einen Hit geben können. Das ist ein... Das ist so, Digga. Das ist so, Digga. Du hast nicht mit mir gehört. Ich bin auf dem Bombay. Ich bin auf dem Bombay. Das ist nicht gut. Das ist okay. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist gut. Das ist gut. Ich bin langsam blind, ne Jens? Komm nicht höher! Nein, da war keine Klappe! Ja, wahrscheinlich ist er nicht höher. Ah, okay! Hast du runtergefallen? Ja! Oh mein Gott, ich hatte 10 HP. Dann habe ich das nicht gehört. Dann habe ich... Dann habe ich... Dann habe ich nur 15 HP. Und ja. Mann, du Goldiger! 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 Mann, 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 Mann! Also müsstest du 60 HP haben! Ja, er hat sich ja will, weil er... Wir müssen uns gar nicht gehen, das ist das Ding. Was brudert? Wie leckert hast du schon? Sechzehn. Viel küsst du, Izzy. Was ist das Ding? Was ist das Ding? Warte, du fickst! Und mal, du connectst alles sogar. Ich hab' gesehen, dass er die Tür da liegt. Ich hab' gesehen, dass er die Tür da liegt. Ich hab' gesehen, dass er die Tür da liegt. Was hast du? Meine Pampfer komplett leer, sonst hätte ich... Da hast du wohl reingeschissen gerade, ne? Ja, wenn meine Pampfer leer ist. Oh, ist mir egal. Was ich mache, ich baue die Skybase. Ich war die Balkanier. Du hast den Piet an. Ich hab' gesehen, dass du... Äh, nix, nix, nix. Äh, nix, nix. Äh, nix, nix. Warte. Ja. Ich hab' die gerade... Ja! Digga, ich verkack meine Likes. Warte. Ich hab' die gerade... Ja! Warte, du kannst die... hat der maul jetzt das ding ist immer voll funny um zu betten weil du nicht mehr bauten kannst für mich der europäische Bildung das wurde es wohl schon ich habe er hätte es morgen ganz unmittelbar ich habe mich eingebaut ich glaube wir haben wollen jetzt kommst du was hast du gekauft nur auf jeden Fall der Dadell gedacht er kann ich wohl genommen die Kiffert und sie wollen weil sich ab heute noch die Zeit geht also jetzt muss die Töcke gehen nicht bevor du 20 hast Ich habe gerade nicht geschossen Meine Maschinenpistole, lol Oh nein Wir haben nur ein Gätschen Wir haben nur ein Gätschen Wir haben nur ein Gätschen 100 PS unterm Arsch Wie gewohnt No Scope Ich hab dir was drückt Die No Scope No Scope Richtig So Hast du gehört? Roter Felder Ein Glas Ich hei Versteht Ich hei 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 und Die Heavy Sniper war so lang, um rauszukommen. Ich sprinte nicht mal. Ich sprinte aber auch nicht. Das ist deswegen. Aber ich kann nicht bohren, Digga. Mein Akklaut ist immer noch eine Stunde, Digga. Auch ein Ruder. Wie lange dauern das nächste Video auch so? So zwei, drei Stunden, Digga? Ey, lass uns jetzt vielleicht, mach mal gleich Schöne. Ja, das hat die Kids. Mach mal, ähm, scanne mal das Game. Dann hat das Game so ein bisschen. Soll das Game enden, ich bin nur in Waffenraum. Ja, ich hab die Kids, die Kids geschafft. Das ist die Hälfte von mir. Und ich glaube, ich hab das Spiel gerade neu gestartet. Oh. Nein, noch so nicht. Noch hast du. Oh, du dummes Kind. Da war was Grünes. Vielleicht nicht so. Grün, Grün. Der ist immer bloß. Ja. Leute, jetzt kommt ein bisschen das Game. Nein, pass auf mich auf. Wenn wir schießen, hört es laut. Lange und Sirene. Es fallen Schüsse, danach fangen. Du weißt du hin und sie können's nicht verstehen. Das muss ich. Okay, pack. Mach. Ich lass auch jetzt nicht so ganz aufrasten, okay? Nein, Entschuldigung. Schluss doch. Zurück. Steh die Sterne, Mann. Hm, ready. Vielleicht noch nicht, ähm, mir will noch irgendwas sagen. Feuerbrauch! Beide. Ready. Feuerbrauch! Beide. Also meine Notar ist eigentlich fast nur mal. Ich wollte nur noch eine Acker haben. Nein! Ich hab außer dem Kisten nicht gemacht. Niklas, sorry. Ich hab das in, immer so mal aufwand. So eine Woche nicht ab. Ja, dann gib mir deine Skar und du kriegst... Nein, ich hab noch andere Sachen drin gehabt. Deswegen. Ich muss nochmal wenden. Meine Kiste ist gleich... Also falls nur mal, nur ich hab nie Acker gegen die Skar geändert. Nein, Niklas. Machen wir mal. Wenn du Fallen drin hast, geh ich gleich aufladen. Ja, okay. Aber das ist keine Fallen drin. Und keine alten Waffen. Ja. Wer will das nicht so sein? Ja, sie wolle nicht gehen. Weil wir dann mit alten Waffen jetzt spielen. Ja, das mit alten Waffen genau. Eine ganz neue Kiste einmal zurücksetzen. Wo ist es? 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 Wo wurde es rausgenommen? Warte. Warte. Nein. Nein. Ich hab' mit der Militern mal ein taktisch-Maschinenpistole an, Digga. Äh. Tommi-Gewehr? Wer weiß. Er kommt mit Tommi-Gewehr an, Digga. Oder repetiersniperol. Äh, ich spiele immer heavy. Na eben, wo ich gerade sagen. Jetzt kommt er mit Farmas. Genau, wollte ich zuerst nehmen. Einfach, um nicht zu demütigen, aber... Das Ding ist Farmas Headshot ist ja wirklich hartiger. Viele Leute können... Leuch'n' ready? Och Jens... Ich wollte sie werfen. Warum hast du das überhaupt in deinem Inventar, Junge? Weiß' ich nicht... Ich helf dir ein bisschen in den Klopfen. Hier ist noch über Dreck. Ja, da luftet auch noch überall was. Aber das kann aber bleiben. Die sind sexy. Habst du fertig? Ja. Aber du bist nicht da, lauf. Ja, sie waren schon so kühlen drauf. Ich lass aber nicht ausrassen und quitten gehen, okay? Das ist ein normales Game. Ja, aber kein Urschelunterreder. Scheiße! Ob du wirklich mit Urschelunterreder bist? Oh Mann. Ich wollte nur ein bisschen mit den Games. Das wäre doch nicht so... Mann, Mann, Mann! So muss man nur angucken, die ist richtig krassiger. Was? 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 Was Mann, Mann, Mann! Was? Schuy! Ne , unsere Treppen ist die ganze Zeit. und dann auch noch so es wird sich doch was viel späteres demütigen digga ich weiß nicht wo ich bin egal ich bin die wieder mit dran hat mit dem stinken kommen hört es jetzt mal auf ich habe mich eingebaut ja wo bin ich ich habe ihre genimmte hund was wäre los das ist ein gutes video Ohne den Zinkgranaten Rauchgranaten, du hast Stinkgranaten Rauchgranaten weggeworfen, da hat mir die Stinkgranaten reingetan Oh Niklas, Digga, aber das ist schon Hardcore, Digga, Hardcore witzig, man Ey, diese Kombo muss ich mal irgendwann spielen, Digga, die ist eng Ah ne, zack, ich muss das weg Ohne den Zinkgranaten B worst. Haha, hier wir Weisig hat noch Minigun in meinen halfpot Näff in the palace zumachen ist noch mal Ich will den Loser tanzen, weil ich dazu den Loser tanze tanze, weil du so erwärmisch schlecht wirst, oder? Ich bin nur erwärmlich lustig gegen dich, oder? Was machst du noch? Nö! Ey, ich kann nicht rausgehen! Ja, guck an, du bist gestorben, Digga! Ja, moin! Das Ding ist, Niklas... Manchmal juckt ihn das gar nicht, manchmal rastet er komplett aus, wenn ich gegen ihn so spiele, Digga! Ich glaube, Niklas wird nicht mehr auf den Nachhub gehen, wegen den Boogie-Bombs! Ja, das ist irgendwie... Aber wenn er halt so weit weg ist, muss ich diesen Stückchen anlassen! Ich hab keine... ...Fernmarschläge! Das ist doch mal, wo du bist, Digga! Ich wundere, dass ich noch 12 HP hab... Ich wundere, dass ich noch 12 HP hab... Ich wundere! Hey, wo bist du? Ich wundere! 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 Wie ich mich getroffen habe. Nein! Nein! Jetzt wird immer zur Pfanne, Digga. Leute, wie findet ihr das als die kleine Kinder-Mappe? Scheiße mal in die Comments. Ich hab die Kamera gekregen, die Boogie-Mappe ist auf dem Boden. Jetzt kommt der Outplay. Nö, 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 nö. Was? Was? Ach, Bruder. Das Ding ist, ich geb dir einfach die ganzen fünfmal kleinen Hits mit der Stinkgranate. Die machen ja eigentlich nichts aus. Nö, 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 nö. Digga, du schmeißt davon 10.000 rein, oder? Das Ding ist, ich bin, nö, nö, nö. Ich bin, nö, nö. Ich bin, nö, nö, nö. Ich bin, nö, nö. Abrakan, lass dir das. Ich bin so schlecht, Jens. 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 Jens, du brichst ja die ganze Zeit mit Lagerfeuer. Keine mehr. Jens, Du brichst ja auch die ganzen Lagerfeuer. Ne, jens, weil du jedes auf vier Lagerfeuer médusst. 33, yeah. Dreiunddreißig! Dreiunddreißig! Finde ich leider richtig sexy, Digga. Was?! Ja, wie das... muss... Muss ein Mensch sein, Digga. Vergessen müssen, dass ich einen Sniper hab, Digga. Vielleicht bin ich ja so in meiner lustigen Phase, dass ich einfach das Geld vergesst habe. Halt, was war das? Bist du los, ne? Ja, okay. Dreiunddreißig! Nein! Wie blökt das eigentlich? Ey, prässt schon, Digga. Ich spiel ja nicht mal richtig, Digga. Es macht einfach nur Fun, dich zu nerven und so. Ich freu mich eigentlich nur auf den Rage, dass ich den aufnehme, Digga. Den wirst du nicht so leicht bekommen, Digga. Ich spiel. Wie blökt das! Ich spiel. Ich fiel. Du bist so leichter. Du bist so leichter. Du bist so leichter. Dann sind wir jetzt hier. Ich weiß, wie ich dich noch nerven kann, warte, ich hoffe, du hast die Waffe noch, ego Ich hoffe, du hast die Kiste zweimal gehabt.